Hey Leute, im heutigen Video gebe ich euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Kryptobörse Kraken. Ich werde euch zuallererst mal eine kurze Vorstellung mit den Vor- und Nachteilen der Börse geben, dann werden wir uns die Gebühren anschauen und dann geht es auch schon rein in das Tutorial. Das bedeutet, ich werde euch dann zeigen, wie ihr euch bei Kraken registriert, anschließend verifiziert, dann wie ihr Geld einzahlen könnt per Banküberweisung und auch teilweise in Echtzeit. Dann gucken wir uns an, wie man mit dem eingezahlten Geld Kryptowährungen kaufen und verkaufen kann, aber auch wie du die Coins, die du hier gekauft hast, an eine andere Börse oder an ein anderes Wallet schicken kannst. Genauso auch die Gegenseite, wie du hier bei Kraken Coins empfangen kannst. Und zu guter Letzt schauen wir uns auch noch an, wie du dein Guthaben hier von Kraken wieder zurück an dein Bankkonto schicken kannst. Alle gerade genannten Punkte habe ich dir auch unten in die Videobeschreibung als Timestamps reingepackt. Das heißt, falls du nur spezifische Sachen interessant findest, kannst du dort unten mal reinschauen und dann an die entsprechende Stelle springen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir auch schon gleich rein. Bevor wir das tun, würde ich mich aber noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Das Push den YouTube-Algorithmus und hilft mir damit ein bisschen. Jetzt geht es aber auch schon los. Und zwar ist Kraken eine der größten Börsen weltweit. Wenn man jetzt mal hier bei CoinMarketCap sich das Ranking anschaut, liegen die aktuell auf Platz 4 mit ungefähr 1 Milliarde Dollar Handelsvolumen am Tag, was schon ganz ordentlich ist. Außerdem ist Kraken ein relatives Urgestein im Kryptospace. Die sind schon 2011 gegründet worden und haben ihren Sitz in Amerika. Wenn wir uns jetzt mal die Vorteile anschauen, dann ist es so, dass hier Kraken punktet, weil man hier auch mit Euro arbeiten kann. Also man kann hier Euro einzahlen, als auch hier verschiedene Handelspaare mit Euro handeln. Das bedeutet, ihr könnt eure Euro-Beträge direkt in die Coins investieren und müsst da nicht um Wege gehen, wie zum Beispiel erst mit Euro, US-Dollar, Theta kaufen und mit US-Dollar, Theta dann die Coins. Also die Euro-Handelspaar-Auswahl ist jetzt nicht riesig. Ich würde zum Beispiel sagen, dass Binance da relativ gut mithalten kann, aber ja, ist auf jeden Fall ganz gut im Vergleich zu anderen. Wenn wir uns da noch die Nachteile anschauen, dann ist es so, dass Kraken von den Gebühren her eher im Mittelfeld liegt. Also es gibt einige Börsen, die da noch deutlich günstiger sind und die Webseite ist auch nur auf Englisch verfügbar. Das heißt, wer jetzt nur Deutsch kann, ist ja eigentlich auch schon mal raus. Genauso ist es für mich persönlich auch noch so, dass die Trading-Oberfläche, die man ja eigentlich bei einer Börse am meisten nutzt, jetzt auch nicht besonders ansprechend ist. Deswegen ja, das mal zu den Vor- und Nachteilen. Jetzt kommen wir mal noch zu den Gebühren. Wie gerade schon angesprochen, liegen die eher im Mittelfeld und zwar bei einer Limit-Order mit 0,16% und bei einer Market-Order bei 0,26%. Wenn man das zum Beispiel mal mit Binance vergleicht, die liegen mit allen Gebührenrabatten bei 0,06%. Also ist schon noch mehr als die Hälfte günstiger. Außerdem muss man hier noch unterscheiden, dass es hier auch noch Stable-Counts ist, Coin-Paare gibt. Also wenn jetzt zum Beispiel Euro, US-Dollar, Tether handelt, dann gibt es da noch mal separate Gebühren, die jetzt hier aktuell 0,2% betragen. Außerdem gibt es hier auch noch eine Instant-Buy-Funktion, bei der die Gebühren exorbitant hoch sind. Also da zahlt ihr hier von 0,5 bis 3,75% Gebühren, was wirklich extreme Wuche ist. Ich werde euch aber später noch zeigen, wo diese Gebühren anfallen und wie ihr diese vermeiden könnt. Da sich die Gebühren auch immer wieder ändern, habe ich auch noch unten in die Videobeschreibung einen Link reingepackt. Wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr hier direkt auf der Gebühren-Tabelle, wo ihr nochmal selber die Gebühren dann zum Zeitpunkt, wenn ihr das Video schaut, nachschauen könnt. Dann seid ihr da immer up to date. Jetzt würde ich sagen, starten wir auch schon mit der Anleitung und zwar bei der Registrierung. Hierfür habe ich euch unten in die Videobeschreibung einen Link reingepackt. Wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr hier auf der richtigen Registrierungsseite, wo ihr dann auch schon den Registrierungsprozess starten könnt, indem ihr hier einfach eure Daten eintragt und dann anschließend hier unten auf Create Account draufklickt. Anschließend könnt ihr euch dann auch schon bei Kraken einloggen und damit wir jetzt hier ein Geld einzahlen können, müssen wir zuallererst mal noch die Verifizierung machen. Das geht so, indem ihr hier oben auf das Profil draufklickt und dann hier unten auf Get Verified draufklickt. Anschließend dann hätte ich hier auf der Verifizierungsseite, wo es jetzt drei Stufen der Verifizierung gibt. Die würde ich einfach nach und nach alle durchlaufen. Also ihr startet hier mit dem ersten Schritt, wo ihr einfach ein paar persönliche Informationen angebt, wie euren Namen, euer Geburtsdatum etc. Das ist nach 1-2 Minuten auch schon abgeschlossen. Dann geht es weiter mit der zweiten Verifizierungsstufe. Dort müsst ihr einfach nur noch euren Ausweis hochladen. Das dauert dann ungefähr 4-5 Minuten, bis das verifiziert ist. Und dann würde ich euch empfehlen, auch noch die Pro-Verifizierung zu machen. Da müsst ihr dann nochmal ein paar zusätzliche Informationen angeben. Ich glaube, bei mir hat es gereicht, indem ich einen Kontoauszug hochgeladen habe, der nicht älter als drei Monate war. Aber ist schon bei mir ein paar Tage her. Dementsprechend, ja, weiß ich nicht, was da der aktuelle Stand der Dinge ist. Aber wird auf jeden Fall auch zu lösen sein. Vorteil ist eben, dass man hier dann fast unbegrenzte Limits hat. Und wenn man dann wirklich mal größere Summen irgendwie erreicht hat, dann hat man auch keine Probleme, die auszuzahlen oder einzuzahlen. Zur Geldeinzahlung reicht es auch schon, wenn ihr Stufe 2 erreicht habt. Das heißt, ihr könnt die dritte Stufe hier anstoßen. Wie ihr seht, dauert es ein paar Tage. Aber mit Stufe 2 können wir dann auch schon loslegen und hier Geld einzahlen. Ihr seht, 100.000 Dollar am Tag sind hier möglich einzuzahlen. Dementsprechend gehen wir jetzt auch schon direkt weiter und zahlen Geld ein. Dafür geht ihr hier oben einfach auf Funding drauf und landet dann hier in eurer Vermögensübersicht, wo ihr eure Währungen als auch Kryptowährungen seht. Wir wollen jetzt natürlich erstmal Euro einzahlen und dafür gehen wir auf Deposit drauf. Anschließend könnt ihr jetzt hier eure Währung auswählen. Vielleicht noch für die Schweizer interessant. Hier kann man auch Schweizer Franken einzahlen. Hat hier auch einige Schweizer Franken-Handelspaare. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel eure Schweizer Franken einzahlen, die dann in US-Dollar-Tether umtauschen und von dort aus an andere Börsen schicken oder auch hier auf Kragen dann mit diesem Geld handeln. So kenne ich das bei einigen Leuten, die ich aus dem Schweizer Raum kenne. Wir klicken aber in dem Fall jetzt erstmal hier auf Euro drauf, sodass ihr anschließend hier auf der Einzahlungsseite landet. Dort können wir uns jetzt mal noch kurz die Limits anschauen. Und zwar ist es so, wenn ihr die Pro-Verifizierung habt, stand ja dort, dass man unlimitiert einzahlen kann. So ist es leider nicht ganz. Und zwar ist es so, dass man pro Tag 10 Millionen Dollar einzahlen kann und pro Monat 100 Millionen Dollar. Das Ganze sollte für die meisten auf jeden Fall reichen. Falls man jetzt aber trotzdem aus irgendeinem Grund mehr einzahlen möchte, kann man auch nochmal den Support anschreiben. Dann können die das Limit auch nochmal erhöhen. Das mal nur am Rande. Jetzt geht es auch schon zu der tatsächlichen Einzahlung. Und zwar würde ich euch empfehlen, das Ganze hier manuell zu machen und nicht über diesen Anbieter hier. Dann gebt ihr hier noch den Betrag ein, den ihr überweisen möchtet. Ich mache jetzt mal beispielhaft 100 Euro. Und jetzt müsste ich hier nur noch den Anbieter auswählen. Also ich persönlich würde hier den von mir gerade ausgewählten Anbieter nutzen, weil der auch noch Echtzeitüberweisungen unterstützt. Das heißt, das Geld ist nach ein paar Minuten schon da, auch am Wochenende und auch an Feiertagen. Allerdings muss eure Bank dann auch Echtzeitüberweisungen unterstützen. Und ihr solltet natürlich auch darauf achten, ob eure Bank da eventuell Gebühren verlangt. Auf der einen Seite für Auslandsüberweisungen, auf der anderen Seite für Echtzeitüberweisungen. Falls ihr nicht wisst, ob eure Bank da zum Beispiel Gebühren verlangt, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass es bei der Sparkasse so ist, dann solltet ihr überlegen, ob ihr da vielleicht ein anderes Girokonto benutzt. Ich persönlich empfehle da zum Beispiel VividMoney. Da könnt ihr auf jeden Fall kostenlos Auslandsüberweisungen machen, allerdings keine Echtzeitüberweisung. Das Konto habe ich euch unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Dann gibt es auch aktuellen 30-Euro-Bonus, wenn ihr eure ersten 20 Euro innerhalb von 90 Tagen ausgegeben habt. Und da habt ihr eben den Vorteil, dass das Konto innerhalb von 20 Minuten eröffnet ist und dass ihr hier relativ hohe Limits für Negativzinsen habt. Also aktuell liegen die, glaube ich, bei 250.000 Euro. Und somit könntet ihr dann eben so vorgehen, dass ihr von eurer Sparkasse zum Beispiel erstmal das Geld an euer VividMoney-Konto schickt und von VividMoney dann hier an Kraken. Allerdings würde ich euch dann empfehlen, wenn ihr VividMoney nutzt, das nicht über diesen Anbieter hier zu machen, weil VividMoney unterstützt keine Echtzeitüberweisungen, sondern über die FIDO Bank AG. Da bekommt ihr auch eine deutsche IBAN-Adresse und dadurch geht es ein bisschen schneller, weil es in Deutschland ansässig ist. Der andere Anbieter ist in Großbritannien. Funktioniert auch alles anwandfrei, aber für eine Überweisung geht es natürlich innerhalb von Deutschland etwas schneller. Wenn ihr dann den Anbieter entsprechend ausgewählt habt, könnt ihr hier dann ein Stück runter scrollen und euch diese Daten dann kopieren und in das Überweisungsformular von eurem Online-Banking eintragen. Das Wichtige ist, dass man diesen Referenzcode hier noch in den Verwendungszweck reinpackt, damit Kraken, wenn das Geld ankommt, das Ganze auch eurem Account gutschreiben kann. Falls ihr das jetzt vergesst, ist das Geld nicht weg, aber dann zieht sich das deutlich in die Länge, weil die dann vom Support euch anschreiben müssen und da verschiedene Sachen abfragen. Also vergesst es einfach nicht, dann passiert auch nichts. Zu Demonstrationszwecken habe ich jetzt mal hier auch 100 Euro eingezahlt, wie ihr seht. Am 8.1. um 17.41 Uhr ist das Geld angekommen. Ich selber habe das Geld aber erst am 8.1. um 17.40 Uhr, also vor einer Minute, überwiesen und das war auch noch ein Samstag. Also das einfach mal zu Demonstrationszwecken, dass das alles mit dem Echtzeit sehr, sehr gut und einfach funktioniert. Wenn das Geld dann angekommen ist, seht ihr das entweder hier bei den letzten Transaktionen oder ihr geht nochmal oben auf Funding rein und seht es dann hier in eurer Vermögensübersicht. Und wenn das Geld dann hier verfügbar ist, können wir jetzt auch schon loslegen und Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Dafür gibt es drei Methoden. Ich werde euch alle drei zeigen und dann könnt ihr natürlich selber entscheiden, welche davon ihr am Ende nutzen möchtet. Methode Nummer 1 wäre, indem ihr hier oben auf Buy Crypto draufklickt und dann auf dieser Seite hier landet. Dort müsst ihr nur noch auswählen, was ihr machen möchtet, zum Beispiel kaufen. Dann wählt ihr anschließend noch die Kryptowährungen aus, die ihr kaufen möchtet. Ich mache jetzt mal ganz klassisch den Bitcoin. Jetzt gebt ihr hier noch an, wie viel Geld ihr investieren möchtet. Ich mache jetzt mal 100%, also meine vollen 100 Euro und dann seht ihr auch schon hier die Kaufübersicht. Hier seht ihr jetzt allerdings, dass die Gebühren 1,48 Euro betragen, was umgerechnet 1,5% Gebühren sind. Dementsprechend empfehle ich die Methode nicht. Auch wenn sie einfach ist, würde ich sie nicht benutzen, weil die Gebühren hier so viel teurer sind wie im normalen Trading. Dementsprechend, das waren diese Gebühren bei Instant Buy, die ich vorhin euch gezeigt habe. Wenn man jetzt noch mit Kreditkarte kaufen würde, wäre es noch teurer. Dementsprechend überlegt euch einfach die etwas kompliziertere Methode euch beizubringen, dann spart ihr da enorm Gebühren. Auch langfristig gesehen macht das auf jeden Fall Sinn. Kommen wir an der Stelle dann auch schon zu Methode 2. Dafür geht ihr einfach hier oben auf den Trade Button und könnt jetzt über diese Seite Kryptowährungen kaufen. Das beginnt, indem ihr hier oben erstmal die Kryptowährungen auswählt. Dafür klickt ihr hier auf Market oder auf dieses Suchsymbol und seht dann alle Handelspaare, die hier bei Kragen verfügbar sind. Standardmäßig steht es hier auf All. Dann seht ihr alle Kryptowährungen, die es so gibt und die entsprechenden Handelspaare. Interessant für euch sind wahrscheinlich eher die Euro-Handelspaare. Deswegen könnt ihr da drauf klicken. Dann seht ihr hier alle Kryptowährungen, die man direkt mit Euro kaufen kann. Wie ihr seht, sind das einige. Und da müsst ihr jetzt nur noch auf das entsprechende Handelspaar draufklicken, das ihr kaufen möchtet. Wir wollen jetzt zum Beispiel mit Euro Bitcoin kaufen. Dementsprechend klicke ich hier jetzt einfach rechts auf Trade und dann wird es hier entsprechend eingestellt. Hier steht jetzt Bitcoin, hier steht Euro. Und jetzt gibt es hier zwei Methoden, den Bitcoin zu kaufen. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass ihr eine Market Order macht. Das bedeutet, ihr kauft sofort zum aktuellen Preis die Bitcoin. Das bedeutet, ihr gebt hier einfach ein, wie viel Bitcoin ihr kaufen möchtet. Ich mache jetzt zum Beispiel mal 0,0025 Bitcoin. Dann seht ihr, wenn es umgerechnet irgendwo 91 Euro, die ich hier ausgeben müsste und würde dann entsprechend diesen Betrag hier an Bitcoin erhalten. Der aktuelle Preis ist hier diese 36.563 Euro. Das seht ihr auch immer hier oben. Das hier ist der letzte Preis, der gerade sozusagen über den Tisch gegangen ist. Wenn es dann für euch passt, klickt ihr hier unten nur noch auf den grünen Kaufen-Button und schon werden die Euro umgetauscht in Bitcoin. Ihr könnt in euer Funding Wallet zurückgehen und seht dann entsprechend die Bitcoin in eurer Wallet. Zweite Möglichkeit ist jetzt die Limit Order. Dafür geht ihr hier einfach bei Order Typ auf Limit Order. Und hier könnt ihr jetzt selber den Preis definieren, zu dem ihr einkaufen möchtet. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt für 100 Euro, so viel habe ich auch gerade auf meinem Account. Für 100 Euro möchte ich einkaufen. Und zu einem Preis, der Preis hier gerade ist 36.568. Ich möchte zum Beispiel für 36.500 Euro einkaufen. Vorteil hier ist, dass ihr bei der Limit Order auf der einen Seite weniger Gebühren zahlt, nämlich aktuell 0,16 Prozent anstatt bei der Market Order 0,24 Prozent. Und ihr könnt natürlich etwas günstiger einkaufen, wie zum aktuellen Preis. Denn der Bitcoin, der schwankt ja die ganze Zeit ein bisschen. Und wenn ihr jetzt den Kaufpreis hier etwas tiefer setzt und nicht zu tief, dann wird es in den nächsten Minuten oder in der nächsten Stunde wahrscheinlich auf jeden Fall erreicht, weil er die ganze Zeit schwankt. Und dadurch habt ihr, wie gesagt, auch günstiger eingekauft und habt mehr Bitcoin dann erhalten. Bei der Limit Order habt ihr allerdings auch den Nachteil, wie auch gerade schon kurz erwähnt, dass die Order nicht sofort ausgeführt wird. Dementsprechend ist es so, dass man hier noch ein paar Sachen beachten muss. Und zwar wenn jetzt zum Beispiel mal einen extrem geringen Preis macht. Ich mache jetzt mal hier 30.000 und den Preis dann, das muss ich hier auch noch kurzes abändern, jetzt. Also die Bitcoin Anzahl hier wird dann automatisch immer berechnet, wenn ihr hier zum Beispiel rechts den Euro Betrag angebt und auch den Einkaufspreis. Wenn jetzt nämlich die Order jetzt ausführt, dann seht ihr auf der einen Seite hier natürlich noch mal so eine Bestätigungsseite, wo ihr dann auch seht, wie viel Gebühren ihr zahlt, etc., etc. Also ihr seht hier, diese 0,16 Prozent Gebühren fallen an. Dann klickt ihr hier auf Submit Order und dann ist die Order hier unten bei euren Open Orders eingereiht. Und solange die jetzt offen ist, wurde sie nicht ausgeführt, sondern erst wenn der Preis von 30.000 in meinem Fall jetzt erreicht wurde. Nachteil kann halt sein, dass der Preis nie erreicht wird und dementsprechend werden eure Euro nie in Bitcoin umgetauscht. Wenn ihr also zum Beispiel merkt, ah shit, der Preis zieht gerade mega an, die Order wird wahrscheinlich nicht mehr ausgeführt, dann könnt ihr hier auch rechts einfach die Order canceln, also abrechnen und noch mal eine neue Order starten. Denn die 100 Euro, die sind ja jetzt aktuell in dieser Order gefangen und die könnt ihr erst wieder benutzen, wenn ihr die Order löschen würdet. Wenn ihr jetzt mit der Limit Order arbeitet, würde ich euch auch noch zusätzlich empfehlen, mit dem Order Buch ein bisschen zu arbeiten. Also hier kann man in dem Reiter hier unten einfach auf Order Book draufklicken, dann sieht man hier jetzt das Order Buch, wo ihr alle Käufer auf der linken Seite und alle Verkäufer auf der rechten Seite seht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Limit Order macht, kann man hier ein bisschen sich das Order Buch zur Hilfe nutzen, wenn man überlegen möchte, welchen Preis man denn nimmt. Wenn man jetzt zum Beispiel wie gesagt, so die Order soll relativ schnell ausgeführt werden, trotzdem möchte ich eine Limit Order, dann guckt ihr halt, dass ihr euch hier vielleicht in den ersten fünf Zeilen irgendwo einreiht und dann wird die Order relativ wahrscheinlich und auch relativ schnell ausgeführt und trotzdem habt ihr ein bisschen günstiger eingekauft, weil die Gebühren niedriger sind bei einer Limit Order und ihr auch, wie gesagt, einen etwas geringeren Preis erzielt habt. Wenn ihr euch da eine etwas bessere Übersicht verschaffen möchtet, könnt ihr hier auch das Ganze ein bisschen zusammengruppieren, dann bekommt ihr nochmal eine bessere Übersicht, wie denn allgemein so die Marktsituation aussieht. Also ihr seht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in hunderter Schritten das alles zusammennehme, dann seht ihr hier auf der einen Seite, dass jetzt hier weniger Bewegung stattfindet und ihr seht auch, wie voll das Order Buch ist. Also ihr seht zum Beispiel immer, dass jetzt zum Beispiel jetzt bei 36.400 Euro 55 Bitcoin von verschiedenen Käufern eingekauft werden wollen. Umgerechnet sind es ungefähr 2,2 Millionen Euro. Diese Orders werden aber erst ausgeführt, wenn alle höheren Orders ausgeführt wurden. Also es wird immer der Käufer, der den höchsten Preis bietet, der wird zuallererst sozusagen ausgeführt und dann geht es eben Schritt für Schritt nach unten. Jetzt vielleicht noch ein ganz kurzes Beispiel, wie das bei einer Market Order laufen würde. Wenn ihr jetzt eine Market Order platziert, dann kauft ihr das Order Buch leer. Jetzt sagen wir mal, ihr wollt für 10 Millionen Euro Bitcoin mit einer Market Order verkaufen, was eigentlich keinen Sinn macht, weil ihr damit das ganze Order Buch leer kaufen würdet. Das bedeutet, wenn ihr jetzt verkauft, 10 Millionen Bitcoin, dann würdet ihr hier auf der rechten Seite nicht erscheinen, weil ihr macht ja keine Limit Order, sondern ihr kauft ja einen im Order Buch und dementsprechend würdet ihr dann hier auf der linken Seite das Order Buch leer kaufen. Und bis man jetzt hier 10 Millionen Euro erreicht hat, seht ihr schon, dass man hier relativ tief ins Order Buch reingehen müsste und dementsprechend habt ihr dann am Ende einen Durchschnittspreis, der irgendwo zwischen dem Preis hier und dem Preis hier unten liegen würde und dementsprechend drückt man den Preis damit runter, wenn man jetzt mit sehr sehr hohen Mengen an Bitcoin oder allgemein mit hohen Summen hier direkt ins Order Buch reingeht. Deswegen macht man besonders bei hohen Summen immer eine Limit Order, damit das innerhalb dann vielleicht von ein paar Stunden sich abarbeiten kann nach und nach. Ich persönlich finde aber das Order Buch hier bei dieser Funktion nicht ganz so toll, weil man meiner Meinung nach noch den Chart braucht, um in die Vergangenheit zurückzuschauen, um zu sehen, wie groß die Schwankungen sind und dementsprechend kann man dann besser beurteilen, welche Preise hier als wahrscheinlich gilten, also dass sie relativ wahrscheinlich dann ausgeführt werden und welche nicht. Dementsprechend gehen wir jetzt schon zu Methode 3, wo man dann auch den Chart sehen kann. Dafür geht ihr hier oben, wenn ihr wie gesagt wieder das Handelspaar ausgewählt habt, rechts einfach auf dieses Chart-Symbol. Anschließend öffnet sich dann das Trading-Fenster und als allererstes müsst ihr jetzt hier mal rechts auf Connect klicken. Wenn das gemacht ist, könnt ihr dann hier auf der rechten Seite auch Trades platzieren. Ich weiß, das ganze Trading-Fenster sieht etwas kompliziert aus und ich muss auch zugeben, es sieht auch nicht sehr ansprechend aus. Wenn ich das jetzt mal mit anderen Börsen vergleiche, dann ist hier Kragen relativ altmodisch noch unterwegs, also ich glaube die haben in den letzten drei bis fünf Jahren da kaum was geändert. Sieht noch wirklich relativ hässlich aus, also bei Börsen wie Binance oder so finde ich das deutlich ansprechender, aber trotzdem werden wir uns das jetzt mal hier anschauen. Und zwar beginnen wir jetzt mal hier links bei dem Chart. Bei dem Chart seht ihr jetzt hier oben Bitcoin-Euro, welches das aktuelle Handelspaar ist. Das könnt ihr auch ändern, indem ihr hier einfach draufklickt auf dieses Bitcoin-Euro, dann hier entweder über die Suche oder hier entsprechend das richtige Handelspaar auswählt. Ihr seht auch schon, dass man bei diesen Handelspaaren einen Stern dahinter machen kann, um das in die Watchlist reinzupacken. Die Watchlist seht ihr hier unten, also hier könnt ihr verschiedenste Handelspaare euch in die Watchlist packen, um die einfach dauerhaft ein bisschen zu verfolgen. Das aber nur am Rande. Wenn wir jetzt noch beim Chart kurz bleiben, dann seht ihr hier, sind es verschiedene Candles und bei diesen Candles kann man den Preis der Vergangenheit ein bisschen betrachten und da kann man jetzt auch noch einstellen, welche Zeitintervalle entsprechend hier angezeigt werden sollen. Zum Beispiel sind jetzt aktuell eine Candle 15 Minuten. Man kann es aber zum Beispiel, wenn man jetzt ein bisschen rauszoomen möchte, auch auf einen Tag stellen, dann sieht man ein bisschen mehr aus Makrosicht das Ganze. Also ihr seht hier, der Bitcoin-Preis von 69.000 Dollar war dann noch im Oktober, nee, im November erreicht und jetzt ist es ja etwas wieder nach unten gegangen. Ich persönlich finde das relativ hilfreich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Limit-Order platzieren möchte, dann kann man das zum Beispiel wieder auf 15 Minuten zurückstellen und dann seht ihr einfach so, was die letzten Stunden so an preislicher Bewegung stattgefunden hat und dementsprechend kann man dann hier so ein bisschen gucken, ah ok, ja keine Ahnung, jetzt gucke ich mal, hier unten sieht man jetzt, das war um 23 Uhr am 7. Januar, da war der Preis zwischen 36.600 und 36.800. Wenn man jetzt eben selber eine Order platzieren möchte, kann man jetzt überlegen, ah ok, vielleicht setze ich jetzt meine Limit-Order hier bei 36.800 rein, weil da ist sozusagen die letzten 15 Minuten die Range gewesen von der Bitcoin-Preisbewegung. Wenn ihr dann noch zusätzlich hier drüben in das Orderbuch reinschaut und das jetzt wieder ein bisschen zusammengruppiert, damit man hier eine bessere Übersicht bekommt, dann könnt ihr hier auch nochmal schauen, ah ok, sind die 36.800 möglich oder sind da viel zu viele Orders zwischendrin. Wenn wir jetzt sehen, ah ok, das sind jetzt hier überall so 20.000 bis 50.000 Euro, ist eventuell möglich, dass das trotzdem ausgeführt wird. Wenn jetzt die Orders hier komplett voll wären mit vielleicht, keine Ahnung, mehreren 100.000 Euro, dann sehe ich das eher als unwahrscheinlich an, dass dann diese 36.800 erreicht werden hier unten und dann kann man die Order wieder ein bisschen höher ziehen, also den Limit-Preis ein bisschen höher setzen und so würde ich dann persönlich damit arbeiten, um dann die Limit-Order zu setzen. Wenn wir dann auch noch ein Stück hier runter gehen, dann seht ihr hier immer die letzten Orders, die gerade stattgefunden haben. Wenn eine grüne Zahl hier erscheint, dann wurde eine Einkaufs-Order ausgeführt bei dem roten, also wenn der Preis rot ist, dann wurde die Order von einem Verkäufer ausgeführt. Hier unten links im Chart sieht man dann auch noch das Volumen, also ihr seht zum Beispiel, dass um 16.45 Uhr das höchste Volumen des Tages war, dann auch noch um 14.30 Uhr, also da kann man dann auch noch mal ein bisschen nachschauen, wie die Handelsaktivität ist. Aktuell jetzt zum Beispiel ja schon am Abend ist dann weniger los. Jetzt kommen wir aber auch schon zu den Trades, die man hier platzieren kann, was ja im Endeffekt das einzig Relevante für euch ist und hier ist es eben so ähnlich aufgebaut, wie auch schon in der vorherigen Methode. Hier kann man entweder mit einer Limit-Order arbeiten oder mit einer Market-Order. Es gibt natürlich auch noch weitere Optionen, aber die sind eigentlich eher für Profis. Dementsprechend gehe ich nur auf die zwei oberen Methoden hier ein. Mit der Market-Order funktioniert es genauso, wie auch schon vorhin erklärt. Ihr gebt einfach nur ein, wie viel Bitcoin ihr kaufen möchtet und dann wird zum aktuellen Preis diese Anzahl an Bitcoin auch gekauft. Bei der Limit-Order wäre es jetzt so, dass ihr den Preis wieder selber eingebt. Also sagen wir jetzt mal, ihr möchtet zum Beispiel 100 Euro investieren. Dann klickt ihr hier entweder auf 100 Prozent, dann wird euer komplettes verfügbares Vermögen benutzt. Mache ich jetzt mal. Oder ihr tragt hier dann selber 100 Euro ein und jetzt müsst ihr nur noch eintragen, zu welchem Bitcoin-Preis ihr einkaufen möchtet. Jetzt können wir hier mal wieder ins Orderbuch reinschauen und sagen wir zum Beispiel, ah ok, ich möchte zum Beispiel für 36.800 einkaufen, dann gibt ihr hier den Preis ein. 36.800. Ihr seht dann hier oben, dass die Bitcoin-Anzahl automatisch ausgerechnet wird und jetzt müsst ihr nur noch auf Review and Buy klicken und dann wird dieser Order auch schon hier im Orderbuch einplatziert. Wenn die dann einplatziert ist, seht ihr auch hier unten bei Orders. Jetzt sieht man meine Maus nicht. Ah ok, da. Hier bei Orders ist diese Order dann eingereiht und solange sie nicht ausgeführt wurde, ist sie noch offen. Ihr könnt sie dann auch auf der rechten Seite, da ist jetzt gerade meine Kamera am Weg. Wenn jetzt ein Stück nach rechts scrollt, da wo jetzt Cancel steht, könnt ihr diese Order auch wieder abbrechen und eine neue Order machen, falls der Preis dann auf einmal extrem schnell nach oben schnallt. Oder ihr wartet eben bis sie dann ausgeführt wurde. Das seht ihr dann, wenn sie hier nicht mehr zu sehen ist oder auch wenn ihr zurück in euer Funding Wallet geht und dort nachschaut, ob entsprechend die Euro dann nicht mehr da sind, aber der entsprechende Bitcoin Betrag. Genauso funktioniert das natürlich auch alles für das Verkaufen. Also wenn ihr verkaufen möchtet, geht ihr hier statt bei einfach auf Sell, gebt dann hier entsprechend den Preis ein, zu dem ihr verkaufen möchtet. Unten könnt ihr entweder eintragen, wie viele Euro ihr verkaufen möchtet oder wie viele Bitcoin ihr verkaufen möchtet. Und wenn das dann für euch passt, könnt ihr auch hier wieder auf Review and Sell klicken. Bei der Sell Limit Order guckt ihr entsprechend hier. Also die Sell Limit Order wird dann hier eingereiht und dementsprechend, der hat das mal nur noch als Info, damit ihr euch orientieren könnt, wo ihr dann zum Beispiel den Verkaufspreis ansetzt. Ja, wenn das dann gemacht ist, könntet ihr auch wieder zurückgehen, indem ihr hier oben links auf das Kragen Symbol drauf klickt und dann hier auf der Startseite landet. Wenn wir uns jetzt noch kurz anschauen wollen, wie man hier Coins verschicken oder empfangen kann, dann gehen wir dafür wieder hier auf Funding drauf. Und starten mal mit der Einzahlung. Dafür klickt ihr hier einfach auf Deposit. Bevor wir das tun, aber vielleicht noch kurz zu den Limits hier. Und zwar, wenn man jetzt hier auf Krypto drauf geht, dann seht ihr, dass ihr unendlich viele Einzahlungen machen könnt an Kryptowährungen. Und pro Tag 10 Millionen Dollar an Kryptowährungen auszahlen könnt. Aber auch hier, wie schon vorhin gesagt, könnt ihr das Limit erhöhen, indem ihr hier auf Increased Limits drauf klickt. Dann kann man das gegebenenfalls auch anpassen lassen. Wie gesagt, ihr klickt dann einfach hier auf Deposit drauf. Und wenn wir jetzt das mal ganz klassisch mit dem Bitcoin machen, dann suchen wir einfach jetzt mal danach. Dann seht ihr hier, dass der auch schon dort verfügbar ist. Das heißt, ihr klickt hier drauf und schon erhaltet ihr jetzt hier auf dieser Einzahlungsseite die entsprechende Empfangsadresse für die Bitcoin. Also diese Adresse, die kopiert ihr euch und gebt sie dann bei der Börse oder bei der Wallet, von der ihr eure Bitcoin an Kragen schicken möchtet. Die gebt ihr dort ein und dann ist es ungefähr nach einer Stunde auch schon bei Kragen eingegangen. Ihr könnt hier auch nochmal eine neue Adresse generieren lassen, wenn ihr die schon, die alte schon ein paar Mal benutzt habt. Aber das ist am Endeffekt euch überlassen. Vielleicht noch kurz eine Besonderheit erwähnt. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel US-Dollar-Tether empfangen möchtet, dann gibt es hier die Möglichkeit, bei manchen Coins eben, dass es über mehrere Netzwerke laufen kann. In dem Fall seht ihr jetzt hier, dass es entweder über das Omni-Netzwerk funktioniert, über das ERC20, also das Ethereum-Netzwerk oder TRC20. Das ist das TRON-Netzwerk. Die verschiedenen Netzwerke haben verschiedene Vorteile. Zum Beispiel ist es so, dass das TRON-Netzwerk sehr, sehr günstig ist. Beim Ethereum-Netzwerk ist es aber so, dass das immer noch irgendwo der Standard ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt das zum Beispiel über das TRON-Netzwerk machen möchten, dann klickt ihr hier einfach auf TRC20. Und müsst dann hier noch auf Generate Deposit Adresse draufklicken. Und jetzt erhaltet ihr eine Adresse, die aber nur für das TRON-Netzwerk funktioniert. Wenn wir jetzt noch ein Stück runter scrollen, seht ihr hier auch noch die Gebühren. Ah, tut mir leid, die sieht man natürlich nur beim Empfangen. Aber ich kann euch sagen, dass die TRON-Netzwerkgebühren deutlich tiefer sind. Allerdings müsst ihr halt darauf achten, dass von der Wallet oder von der Börse, wo ihr die Coins hier an Kragen schickt, dass die auch das TRON-Netzwerk unterstützen. Ansonsten braucht ihr standardmäßig das ERC20-Netzwerk. Das ist das Ethereum-Netzwerk, was wie gesagt von den meisten Börsen genutzt wird. Und falls ihr aber mehrere Netzwerke auswählen könnt, dann könnt ihr auch mal gucken, ob auch diese angeboten werden. Und dann könnt ihr eventuell Gebühren sparen. Ansonsten standardmäßig einfach hier das ERC20-Netzwerk nutzen. Kommen wir jetzt noch zu dem Punkt, wie ihr hier Kryptowährungen auf Kraken an andere Wallets oder Kryptobörsen schicken könnt. Dafür geht ihr wieder hier oben auf Funding und dann hier unten auf Withdraw. Wählt dann hier entsprechend wieder die Kryptowährungen aus. In dem Fall machen wir das jetzt wieder mit Bitcoin. Dann klickt ihr hier auf Bitcoin drauf. Und jetzt auf der Auszahlungsseite angekommen, müsst ihr zuallererst mal hier noch die Adresse angeben, wo die Bitcoin denn hingeschickt werden. Ich habe jetzt hier schon eine Adresse stehen. Ihr könnt aber hier auch eine neue Adresse hinzufügen, indem ihr hier auf Add New Adresse draufklickt. Dann könnt ihr hier eine Beschreibung eingeben, zum Beispiel irgendwie von der Börse oder so, an die ihr schicken möchtet. Und dann hier unten noch die entsprechende Adresse, die Empfangsadresse, die ihr von der Börse bekommen habt oder von dem Wallet. Und wenn ihr das dann speichert, könnt ihr dann hier zwischen den verschiedenen Adressen auswählen. Ich habe jetzt hier mal eine Kragentestadresse erstellt. Anschließend gebt ihr jetzt hier unten noch den Betrag an, den ihr an Bitcoin verschicken möchtet. Ihr könnt aber auch alternativ einfach hier zwischen der Prozentzahl auswählen. Wenn ihr zum Beispiel alle eure Bitcoin verschicken möchtet, dann klickt ihr hier einfach auf 100%. Außerdem habt ihr hier noch ein gewisses Minimum, was ihr verschicken müsst. Das solltet ihr beachten. Und auch eine Auszahlungsgebühr von diesem Betrag an Bitcoin. Wenn man das jetzt mal umrechnet, sind es aktuell glaube ich irgendwo 70 Cent. Also das ist auch noch relativ günstig. Andere Börsen, wie zum Beispiel Binance, muss man ganz klar sagen, sind da schon noch deutlich teurer. Wenn das dann alles passt, klickt ihr nur noch hier auf Withtron Bitcoin. Und dann sind die Bitcoin ungefähr nach einer Stunde spätestens bei dem anderen Wallet oder bei der anderen Börse angekommen. Auch hier möchte ich nochmal auf den Sonderfall eingehen. Wenn ihr mehrere Netzwerke auswählen könnt, zum Beispiel bei US-Dollar-Tether, dann könnt ihr hier nicht nur ERC20-Netzwerk auswählen, also das Ethereum-Netzwerk, sondern auch das Tron-Netzwerk oder Omni. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier mal das Tron-Netzwerk euch anzeigen lasst und dann ein Stück runter scrollt, dann seht ihr, zahlt ihr hier nur 2,5 US-Dollar an Gebühren. Wenn man jetzt dagegen das ERC20-Netzwerk benutzt und sich dann hier eine Adresse hinzufügt, dann werdet ihr hier sehen, dass die Gebühren jetzt über das ERC20-Netzwerk bei 20 US-Dollar-Tether liegen würden. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Tron-Netzwerk sich auswählen kann bei der Empfangsadresse, dann würde ich da zum Beispiel eher das über das Tron-Netzwerk laufen lassen, weil ihr da von den Gebühren her einfach günstiger dran seid. Aber ihr müsst halt beachten, dass der Empfänger auch das Tron-Netzwerk unterstützt, weil ansonsten könnten die Coins weg sein. Zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch an, wie ihr euer Guthaben wieder zurück von Kragen auf euer Bankkonto schicken könnt. Dafür ist es natürlich notwendig, dass ihr die Coins erstmal wieder in Euro zurückverkauft. Das habe ich euch vorhin gezeigt, wie man Kryptowährungen kaufen und verkaufen kann. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, wie gesagt, wie ihr die Euro dann zurück an euer Bankkonto schickt. Dafür geht ihr hier einfach auf Withdraw, nachdem ihr hier oben auf Funding geklickt habt. Wählt dann hier einfach den Euro aus und könnt jetzt hier über verschiedene Methoden auszahlen. Also es gibt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel über die Fidor Bank sich das wieder auszahlen lassen kann. Das geht aber auch über die anderen SEPA-Anbieter hier. Ich habe nur festgestellt, dass die Fidor Bank, so viel ich weiß, die geringsten Auszahlungsgebühren hat, und zwar von gerade mal 9 Cent. Wenn ihr das zum Beispiel mit dem Echtzeitanbieter vergleicht, dann zahlt ihr dort 90 Cent. Dementsprechend, ja, warum soll man da dann nicht das Geld sparen und dann nur die 9 Cent ausgeben? Deswegen wählt da einfach die Fidor Bank aus. Anschließend sind dann eure Bankdaten noch hinterlegt. Ihr könnt aber auch hier auf Add New With Throttle Account draufklicken. Dann könnt ihr nochmal neue Bankdaten hinzufügen, falls ihr mehrere Bankkonten habt. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass diese Bankkonten, die ihr hier angebt, dass die immer auf euren Namen laufen. Wenn der entsprechende Betrag dann auch noch anschließend hier unten ausgewählt ist, könnt ihr, also zum Beispiel 100 Euro, könnt ihr ein Stück runter scrollen, das Ganze dann noch bestätigen und dann ist das Geld auch wieder relativ zügig zurück auf eurem Bankkonto am nächsten Werktag etc. An der Stelle sind wir auch schon durch mit der Anleitung. Wenn du jetzt eben selber starten möchtest, findest du, wie schon vorhin gesagt, den Link zur Registrierung hier zur richtigen Seite unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich mich noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt und bis zum nächsten Mal. Ciao!